Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Marcel D. Jones. Wir stehen hier vor dem Rathaus Schöneberg, es wird hier fleißig geheiratet. Und ich stehe hier vor dem Schöneberger Sängerknaben, Buddy Bären. Das hat folgende Bewandtnis, ich war mal ein Schöneberger Sängerknabe. Und wir suchen für den 1. September ehemalige Schöneberger Sängerknaben, deren Familien und Angehörige und Fans, die dann unter meiner Leitung gemeinsam zu Ehren Gerd Hellwigs, das ist die, die in der Luft schmettern. Und wenn zahlreich hier erscheint und zahlreich Schöneberger Sängerknaben da sind, vielleicht sogar in Chorformationen, das heißt 1. Sopran, 2. Sopran, 1. Alt, 2. Alt. Und die Urania, wie gesagt, die feiert am 1. September die Einweihung des neuen Vorplatzes um 17 Uhr, das ist am Montag. Politiker werden dort Ansprachen halten und den Platz einweihen. Es wird ein Bundesprogramm geben, Indoor und Outdoor mit tollen Musikern wie die Brass Girls oder Dolores Choir oder mit mir und Kasia Müsik zusammen und mit euch. Aber auch Indoor wird es Lesungen geben, auch von einem ehemaligen Schöneberger Sängerknaben. Ein Kinermusical, Kurzfilme, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Wir würden uns freuen, wenn die zahlreich erscheinen und es vielleicht auch weitergeht und vielleicht auch fragt, ob in eurem Bekannten, Freundeskreis vielleicht ehemalige Schöneberger Sängerknaben sind. Jetzt wird hier eine E-Mail eingeblendet, unter der könnt ihr mich dann kontakten. Wir würden uns super freuen, am 1. September ab 17 Uhr. Bis dann. Tschüss. Tschüss.